Moin Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal Learning by Watching. Und ja, heute geht es mal um das Thema Latein, denn wir gucken uns heute den ACI an. Falls ihr euch für das Video interessiert, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr einfach bis zum Ende dranbleiben würdet. Und dann würde ich sagen, let's go mit dem Video. Und zwar kommen wir als erstes zu der Frage, was ist denn überhaupt der ACI? Und der ACI ist insgesamt eine Abkürzung, also stammt von dem Ausdruck accusativus cum infinitivo. Das habt ihr bestimmt schon mal in der Schule gehört, wenn ihr euch aktuell mit dem ACI beschäftigt und eure nächste Klausur über den ACI gehen soll. Des Weiteren muss man zum ACI wissen, dass er eine sogenannte Satzkonstruktion ist. Das bedeutet, der ACI ist immer gleich aufgebaut und steht im Lateinischen für immer die gleiche Satzstruktur bzw. die gleiche Übersetzungsweise. Das macht das Ganze auch so gut, denn wenn man nämlich erkennt, dass es ein ACI ist, weiß man direkt schon, was man zu tun hat und welche Schritte man machen muss. Um das Ganze mal ein bisschen ins Deutsche zu bringen, ist der ACI vergleichbar mit einem Das-Satz im Deutschen. Wir werden uns gleich dazu nochmal ein Beispiel angucken und werden uns mal angucken, was denn überhaupt ein Das-Satz im Deutschen ist. Des Weiteren besteht der ACI aus einem Kopfverb, aus einem Subjekt, aus einem Akkusativobjekt und aus einem Infinitiv. Hier haben wir jetzt mal einen Lateinischen ACI, Cäsar putat. Cäsar ist hier unser Subjekt natürlich, steht im Nominativ Singular. Putat ist hier unser Kopfverb, da es eine Person hat und in Bezug zu dem Subjekt steht, also dritte Person Singular. Dann haben wir ein Akkusativobjekt, das ist eben unser A aus dem Akkusativus cum Infinitivo, das ist Romanos. Und Winkere ist unser I, also unser Infinitiv und ist dann eben nach dem Nebensatz unser Prädikat. Aber darauf gehen wir nochmal gleich später ein, wie man das Ganze umstellt. Im Deutschen wäre der Satz dann, Cäsar glaubt, dass die Römer gewinnen. Wie man das übersetzt, gucken wir uns gleich nochmal an, aber hier nochmal zur kleinen Erklärung. Das ist eben ein Das-Satz im Deutschen, also man hat dieses Cäsar glaubt oder Cäsar denkt, Komma das. Und dann hat man eben diesen Das-Satz, das ist dann der Nebensatz, immer mit einem Komma und das Das auf jeden Fall mit zwei S. Das ist ganz, ganz wichtig. Es gibt dann sonst nämlich Punktabzug. So kommen wir jetzt zu dem Wichtigsten beim ACI eigentlich, das Übersetzen. Und hier haben wir unseren ACI von gerade eben, Cäsar putat, Romanos, Winkere. Als erstes wollen wir natürlich unser Prädikat finden, also unser Kopfverb. Das ist putat. Hier könnt ihr immer die Probe machen, ob es auch wirklich ein ACI ist, indem ihr einfach sagt, putat, putare heißt denken, glauben. Und dann sagt ihr einfach, irgendjemand denkt, Komma das. Und wenn das funktioniert, also diese Das-Probe, versucht dieses Prädikat immer in einen Das-Satz reinzubringen. Wenn das funktioniert, dann habt ihr automatisch ein Kopfverb und dann kann es ein ACI sein. Wenn es zum Beispiel sowas ist wie gehen, also Cäsar geht, Komma das, macht keinen Sinn. Also es ist kein Kopfverb, also kann es auch kein ACI sein. Das zweite, was ihr macht, ist das Subjekt finden. Das steht auch immer im Nominativ, wisst ihr natürlich schon von allen anderen Sätzen. Und hier ist das eben Cäsar. Das ist ja unser einziges Subjekt, was wir hier haben und es passt auch zu putat. Das übersetzt ihr dann zusammen und somit haben wir eher unseren Hauptsatz. Also Cäsar glaubt. Dann leiten wir natürlich unseren Das-Satz ein, also Cäsar glaubt, Komma das. Und dann kommt Romanos, der Winkere. Dann müssen wir unser Subjekts-Akkusativ finden. Und das ist hier Romanos, da er im Akkusativ steht. Aber wenn wir dann den Das-Satz einleiten, dann wird das Akkusativ zu unserem neuen Subjekt. Also Romanos heißt dann nicht Romanos, sondern Romanie. Also wird dann zu unserem Nominativ. Dann weiß man auf jeden Fall, dass die Römer schon etwas tun. Das nächste, was wir machen, ist den Infinitiv finden und diesen zum Prädikat machen. Also Winkere wird dann das Prädikat von Romanie, beziehungsweise von Romanos, wie es hier jetzt steht. Und dann können wir das Ganze auch schon übersetzen. Also Cäsar glaubt, Komma das, die Römer siegen. Komma das, danach die Römer. Die Römer stehen dann nicht im Akkusativ, sondern im Nominativ, also werden unser Subjekt. Und siegen ist dann einfach Winkere, wird dann unser Prädikat und bezieht sich dann auf Römer. Wichtig ist auf jeden Fall noch zu wissen, dass es Zeitverhältnisse gibt. Also wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass wir den Hauptsatz Cäsar putert, Romanos winkere haben. Also Cäsar putert ist immer fest und dann gucken wir uns an, was passiert mit dem Winkere, wenn es in anderen Zeiten steht. Das heißt, das erste ist hier in Präsenz, also steht in der gleichen Zeitform wie putert. Und somit ist es gleichzeitig, also wird gleichzeitig übersetzt. Das bedeutet, Cäsar glaubt, Komma das, die Römer gewinnen. Ist beides in Präsenz, also wird gleichzeitig übersetzt. Wenn es nachzeitig wäre, zum Beispiel, wenn wir hier Cäsar putert im Präsenz haben und Romanos victurum esse. Victorum esse ist in dem Fall futur, also ist es nachzeitig. Das bedeutet, Cäsar glaubt, ist hier unser Hauptsatz und der wird im Präsenz übersetzt. Und dass die Römer gewinnen werden, wird im Futur übersetzt. Somit haben wir eine Nachzeitigkeit. Das liegt einfach daran, dass Cäsar putert Präsenz ist und victurum esse ist dann futur. Somit haben wir keine Gleichzeitigkeit wie oben, da nicht beides im Präsenz steht. Adas putert steht sozusagen nach victurum esse und somit haben wir eine Nachzeitigkeit. Jetzt kommen wir noch zur Vorzeitigkeit. Und hier haben wir einmal Cäsar putert, wieder unser Präsenzsatz. Und Romanos vicisse, somit haben wir hier ein Infinitiv im Perfekt. Und es wird dann vorzeitig übersetzt, also Cäsar glaubt, wieder ganz normal im Präsenz, dass die Römer siegten. Somit haben wir eine Vorzeitigkeit. Das ist wichtig, dass ihr das übersetzt. Ich habe bereits zu den Zeitverhältnissen auch nochmal ein anderes Video gemacht. Aber ich denke, es ist relativ klar geworden. Ihr müsst halt immer gucken, das Kopfverb, in welcher Zeit steht das und der Infinitiv, in welcher Zeit steht der. Und somit könnt ihr dann die Gleichzeitigkeit, Nachzeitigkeit oder Vorzeitigkeit herausfinden. So, das war es auch schon mit dem Video. Falls ich euch geholfen habe, würde ich mich sehr beim Abo und über ein Like freuen. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, haut rein und ciao. Bis dahin, haut rein und ciao.